Yes, 2022 ist gestartet und geschneit hat es auch wieder einmal. Wir haben Januar. Heute geht es fahren. Wir haben ca. 1 Grad Schnee, aber es sieht aus, als könnte es noch gutes Wetter werden. Ich weiss, ich wohne an der Schnitzelkiste, aber ohne Witz ziehen wir die Aussichten. Es ist alles geladen und jetzt geht es noch ein Käferchen trinken. Ohne Käferchen gehe ich nie aus dem Haus. Es ist noch relativ zügig gegangen. Wir sind jetzt bei minus 1 Grad. Irgendwo im Nirgendwo beim Privatrack. Im Hintergrund sieht man ihn. Mit noch etwas Schnee. Ich glaube. Es wird eine lustige Sache. Ab jetzt übernimmt Bruno den Kameramann und nicht mehr ich. Bist inquärsend. Ich bin beim Dachladen. Was immer die Temperatur. Ach so, es ist eine Klung. Nein, nein. Wir müssen die Temperatur herausfinden. Ich bin beim Dachladen. Da, wenn ihr die Temperatur die Temperatur nicht löst, ist es scoot los und die Temperatur nicht kommt, denn die Temperatur nicht schmeckt. Jetzt ist es die Temperatur, du kannst du jetzt nur zweier. Und der kann ich es so schnell wieder rauslegen. Und der updated ist, wenn wir die Temperatur nicht mehr erneut und sich wieder übernehmen. Ich würde sagen, die Schlamschlacht ist vorbei, bei Minusgraden. Ich würde sagen, die Schlamschläge sind vorbei, bei Minusgraden.